Obwohl es ist schon bisschen was weggepumpt worden von der bisschen viel Egal, da ist noch ziemlich viel Weg zum runtergehen Ich teste das mal aus Und Ganz mal so viel Weg mehr Oh Das war's So blöd von mir So Ne, da ist nichts mehr Da gibt's noch Das ist noch ein ziemlich krasser Weg nach unten Auf jeden Fall Ja, das kann ich jetzt auch mittlerweile machen Weil ich von Schumpen nicht bewöhnen Das kann ich vorher an die Lavaspring gucken Wie die ist doch los Was ist überhaupt los? Und dir manchmal braucht wie viele Schläge Um einen, äh Um einen Pigment zu töten? Ist dir manchmal schwer? Ja Drei vermutlich mal, oder vier Ja Ich muss mal austesten Weil mein Porto braucht drei Mit dem Media Assist Warte, man kann's ja ausrechnen Und dir manchmal mal sieben Schaden Und dann pickt man halt 20 Leben Soweit ich weiß Dann mach mal vier Ja Nein, drei Ne, vier Sieben plus sieben sind 14 Plus sieben sind 21 Also du sagst drei Du willst auch so eine, Alter Du willst auch so eine, Alter Wollten wir gar nicht so einen Rotating Mace zu retten haben Dann geht das so schön schnell Das hier so aus Mach so'n Epic Jump Boost So, hier will das noch nicht so wirklich schnell sein Ich hab's noch ein bisschen Oha, 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 oha Fort in die Lava Ja Geil Und jetzt hält das alles aus Und ich hab immer noch Energie Nämlich cool Never Iron Ore Dann würd ich mal sagen Ich verabschiede dich mal Für diese Aufnahme Session Ich hoffe euch hat Habe ich was gesagt? Ja, äh nein, also nicht Ich hoffe euch hat, äh Haben die euch die Folgen gefallen Mit der Power Armor Ich werd in der nächsten Aufnahme Session das ME System Andocken Und ich will mal sagen Bis vom nächsten Mal Haut da rein Tschau Tschüss Ist nur was sagen? Okay, tschau Tschüss 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 Na, ist vorbei Tschüss Leute Ist vorbei Tschüss, bye bye Ist okay Wo ist meine Black Hole Chest? Oh, die Power Armor ist so nice Der Luca nimmt die noch auf, ne? Ja, natürlich Oh, die Power Armor ist so nice Oh, wo ist meine Black Hole Chest? Meine Black Hole Chest Wo ist sie? Weil gerade richtig provisorisch einfach mal mein Induction Funnel ist und meinen Rotary Mace Rater aufgebaut Ok Aber du hast mich geklatscht Black Hole Chest Dann pack' ich alles schonmal hier Oh Dann pack' ich alles schonmal hin Damit ich jetzt alles bereit hab Also langsam werden die Sachen schnell Warte mal, hier Oder mit den hearts Das passt perfekt für die Rausch entfernung Was Schlag ich wieder mitteln Im Hiel Evangelium Mach'st du auch 3 Minuten irgendwas, okay Wie dann gehört's dann Ich muss dann bei etwa 36 Eisenmace zu bemühen Luka! Luka! Luuuuka! Was gibt's? Bist du? Hast du das alles schon umgebaut? Warum nach da unten? Ja, ich bin hier grad dabei, wie du siehst. Ich baue jetzt grad ein wenig. Wie der Modul-Item- Äh, Item-Beat. Oh, das füttert mich ja! Das hab ich ganz vergessen. Da ist ja viele eingebaut. Oh! Das ist ganz geil, weil da muss man sich nicht um das Essen kümmern. Aber! Wenn man in so einer Quantum-Rüstung rumrennt, fängt man extrem schnell an zu hungern. Aber! Bei mir ist es so, ich brauche keine Tin-Cans. Ich kann jedes Essen einfach nehmen. Du brauchst Tin-Cans. Viele Tin-Cans. Ja, ich weiß. Du brauchst es auch nicht. Aber ich werde mir auch dazu noch ein Power-Armor machen. Na, ich hab schon vorher gesagt, dass ich mir beides machen werde. Hast du nicht? Doch. Hast du nicht? Doch. Hast du nicht? Im Part Null kann man das bei mir sehen. Im Part Null? Ja. Du machst jetzt extra noch ein Part Null und schieb's ihn irgendwie davor, ne? Ja. Ja, ich reiß zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Weil ich schon, dass wir gerade in der Zukunft sind. Oh, es laden gerade die Chunks nicht. Ja, ich merk's, damit du gerade da rumjumpst. Ja. Und ich brauche noch den Zoom-Boost. Den Zoom-Boost brauche ich noch auf jeden Fall. Ja. Die beiden. Weißt du, wieso hart? Ja. Die Maschinen machen nix mehr. Ja. Wieso machen die nix mehr? Ich mach grad ganz... Das wird anfangen zu lagern. Oh. Vulkan gefunden. Nice. Nice. Ich hab Vulkan gefunden. Ich brauch auf jeden Fall mehr Eisen. Also, Refined Iron. Oh, schmal ab. Vor allem, ich stelle mich hier einfach grad so hin. Für Arbeit und bisschen so zu, äh, Rohstoffe. Und dann einfach mal so ein paar Stacks. Und das einfach mal, die ich hier grad mache. Ist bisschen was, ist bisschen was, ja. Aber... So ein Richlinger ist wie ich. Willst du jetzt noch aufhören, die ganze Zeit weiter wegzujumpen? Ey, ich mach gar nix. Es bleibt Platz wirklich beim Vulkan. Das mein ich ernst. Ja, ja. Ey, ja. Die Leute, die grad zugucken, können's bestätigen. Du hast grad deine Aufnahme beendet. Ich weiß. Deshalb könnt ihr euch auch niemand bestätigen. Ich hab den Railgun, ich mein ne Plasma Gun. Hui. Okay, letztes Mal versprochen. Ich geh wieder zurück. Letztes Mal. Boah. So knapp. Ich hätte aber noch ein paar Ender-Spelette. Ich nehme mal dein Schwert, ne? Was? Ich nehme mal dein Looting-Schwert. Ja, hol's dir euch. Hol's dir. Darf ich? Wenn du's kriegst, kannst du's dir holen. Das ist grad bei dir. Es ist in meinem Safe-Tonner. Genau. Okay. Ich mach einfach den Nuke. Die macht den Safe nicht kaputt. Doch! Ja, der Safe geht nicht kaputt. Doch! Nein! Doch! Der ging mal kaputt in einer Version. Aber ich weiß ja, mit dem Mega-Projekt war es so, damit... Na, GOM hat das ja ausgetestet und ich glaub, der ist kaputt gegangen oder sowas. Nein, weil es auf dem Mega-Projekt wurde doch nur Nuke zündet. Und die Safe, die dort standen in dem Gebäude, die sind alle noch dort geblieben auch. Davon wüsste ich nichts. Gott, mal hier Sachen rauswerfen. Eisen dort rein. Oh Mann, Luca! Ah, jemand hat das gerade vor mit Erzen. Das interessiert keinen. Ich weiß. Was? Also, die ersten, die dabei hat, reichen die 26 Eisen, die da gerade mal rufen sind, keinen mal Partner, die brauchen... Oh, ich mach mir ja auf jeden Fall noch ne Plasma-Kanone, alter. Find's auch geil, ne? Ne Plasma-Kanone, ja. Mach mir auf jeden Fall. Ey, jetzt stand da hoch. Oh. Ich hab's nicht so weit, ja, weh ich. Nein, ich bin grad zu blöd zum Jump, einfach nur. Weil die Power-Armor besser ist. Weil die Power-Armor ist besser als ne Quantum-Suit. Deine Mama ist auch besser als ne Computer ist. Weil ihr Preis-Leistungsverhältnis aber besser ist. So, ähm. Ah, mit einer... Ein Stick-Generatoren jetzt. Verdammt. Allzu wenig Refined Iron. Ich geh mal in den Never. Ich geh mal in den Never. Ich hab'n. Ähm, gut. Mir fehlt jetzt noch, äh... uns den Kupferkabel. Aber eine Quantum-Suit kann man nur in einem MFSU, ne? Äh, ja, oder besser aus Zeugs. Ja, siehst du? Die kann man hier, glaub ich, überall... ...aufladen. Ey, du musst jetzt nicht versuchen, die Quantum-Burstung noch schlechterer zu machen, ja? Aber ich will das machen. Oh Mann, es bohnt grad nicht. Ich muss mich mal einfach mal K-Afka hier hinstellen. Oder so ein paar Wyva-Skeletten... Wyva-Köpfe. Wyva. Wyva, Wyva, Wyva. Ne, gibt's nicht. Man kann ihn mit zwei Never-Sterne machen. Man braucht Tome of Al-Kahest. Interessant. Habe ich letztens schon gesagt, damit das geht. Hast du? Ja. Geh dir aber nicht zu. Manchmal. Tut mir leid, Luca. Also, letztens war gestern bei uns. Achso, na dann. Kann gerühlt werden, aber es macht mir keinen Schaden. Oh Mann, Alter. Die ganzen Skelette hier. So, und dann? Du weißt zwei Stacks, klar. Ich muss auch noch bisschen mehr machen. Musst du machen, ja? Ich brauche nämlich vier Stacks Glas. Glaube ich, oder? Ja. Ich geh, Kupfer kann ich ja schon mal braten. Ich geh kurz. Wobei ich glaube, 25 Kupfer werden nicht reichen. Okay, interessant. So, Sand suchen in der Kiste. Da ist 24 Sand. Dort ist noch ein Stacks Sand. Sieben Sand nochmal. Und man kann mit der Power Suit fliegen und mit der Quantum Suit nicht fliegen. Ja. Wenn du die Grindle Suit upgradest, kannst du auch damit fliegen. Ja. Aber das ist viel teurer als das Jetpack, was man hier machen kann. Ist doch mir egal. Mir nicht. Wie hoch kannst du fliegen? Kannst du so hoch fliegen, wie du willst? Ja. Ja, ganz sicher fliegen wir einfach nur gerade hoch. Warte, ich bin gerade im Never. Da kannst du gar nicht so fliegen, wie du willst. Boah, ich brauche es immer. Aber ich kann selbstständig bestimmen. Ich kann auch in der Luft stehen bleiben, ohne etwas zu machen. Ich muss ja nichts extra dafür machen. Wie bei einem Jetpack, da habe ich für die ganze Zeit die Ertaste zu drücken, damit man der Stelle bleibt, wo man ist. Oh. Aber man kann die ganzen Sachen mit Hotkeys aktivieren und deaktivieren. Und die Hotkeys kann man selber bestimmen. Kann man da schon. Ich hätte nicht gedacht, dass man die einfach bestimmen kann. Und wenn die Hotkeys bestimmen kann, boah. Das ist schon geil, ne? Ist schon überpowert, oder? Ja. Ist aber eine Power-Suit. Ja. Das sollte wahrscheinlich, das ist bestimmt falsch gelesen worden vom Minecraft. Das sollte wahrscheinlich Over-Power-Suit Arma heißen. Das sollte man ein bisschen Rabamaba. Rabamaba? Ja. Rabamaba. Ja. Rabamaba. Ja. Aber da krieg keine Köpfe. Dass du keinen Kopf hast, warum krieg ich keine Köpfe? Aber die spawnen auch nicht irgendwie. also irgendwas ist auch in der richtigen etage um zu warten damit die spawnen springen doch die ganze zeit hoch das heißt ja du solltest schon in der etage sagen damit die da auch spawnen geht ja voll langweilig in der ganz oberen etage naja du musst in die mittlere gehen wieso weil die damen effizient ist nicht wie sporn hat gar nicht wenn du da rein gehst dann spawnen die man könnte irgendwie so ein spawner machen ich weiß nicht ob ich eigentlich noch rubber haben müsste rein theoretisch da 21 reicht das fdb ich möchte mich mal eben okay nur ein micro damit du das nicht hörst du hörst das trotzdem wenn ich das mikro aus hab nicht dann wenn du da wie graus ist gar nicht von wenigstern heute vom video jetzt machen wir dieses ok test test okay ich will ich kein rubber mehr gut, kommen wir an, wenn wir die 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 Untertitelung des ZDF, 2020